Kehre zu Gizmo-Zoll. Und hineingeklettert. Einmal zurück. Spürst du das? Das ist der Luftmangel. Das spüre ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber okay. Wenn der es sagt, dann wird das wohl so sein. Guck mal, was Gizmo für uns hat. 0 von 5 Sternen. Einfach Bewertungsschlecht deswegen. Habe den Luftmangel nicht gespürt. Keine gute XP wird es. Ei, 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 ei. Ich habe heute mal, normal ist ich immer, die Billigfischstäbchen aus dem Aldi. Und heute, also eigentlich war ich ja, wann war ich einkaufen? Vor zwei Tagen oder so. Dienstag, Dienstag war ich einkaufen. Und habe mir die Billo-Dings gegönnt. Die, keine Ahnung, äh, nicht die Billo. Die von Iglo. Die tolken. Und man muss wirklich sagen, hätte ich nicht gedacht, die schmecken besser. Ey, wie komme ich jetzt da hin? Bin ich gerade dumm oder so? Hier lang, ja. So, aber es hat der Gude für uns. Spezialwaffe ist fertig. Er sagt, das sind genug Squibs, um die Krallkrankanone des Megtons mit unendlicher Munition zu versorgen. Eine Krallkrankanone? Das ist die Spezialwaffe, mit der die Squibs im Megton verstaut werden. Sie ist stark genug, um sie auf den Jumbo-Knoll zu schleudern. Okay, dann let's go, oder? Gizmo hat schon früher an Fahrzeugen für den Kampf gegen den Jumbo-Knoll gewackelt. Doch alle schlugen fehl. Dieses Mal ist es aber anders. Der Megton wird stark genug für diese Aufgabe sein. Hoffen wir mal. Hoffen wir mal. Er hat auf jeden Fall Bock. Dem Weltenfresser muss jetzt Einhalt geboten werden. Ansonsten ist der Schaden am Weltenbaum nicht mehr zu behalten. Müssen wir das machen? Er bittet dich, keinen Gedanken daran zu verschwenden, den Jumbo-Knoll zu Fuß anzugreifen. Du brauchst dafür den Megton. Vertraue ihm. Hm. Dieses Mal ist es anders Klischee. Immer so. Sollen wir den noch verbessern? Was denkt ihr? Wie erinnerst du dich noch an seine Lektion in Wiederaufarbeitung? Du solltest den Metallkram am Megton selbst anbringen können. Okay. Gizmo möchte dir gerne helfen. Ich will dich nicht länger aufhalten. Weiß, dass du noch andere Dinge zu tun hast. Amen. Und wircliffe μου.